So Leute, 9 Milliarden Dollar an Bitcoin, die auf den offenen Markt gedammt werden könnten. Das ist das, was momentan für eine ganze Menge Angst am Markt sorgt. Und genau deshalb werden wir uns gleich über alles Wichtige, was ihr über diese gesamte Situation wissen müsst, unterhalten. Ich werde euch wissen lassen, was meiner Meinung nach hier passieren wird. Und ich habe euch noch ein paar ziemlich interessante Fraktale mitgebracht, die uns zeigen, wie die nächste große Bewegung aussehen könnte. Deshalb schaut euch unbedingt das Video vom Anfang bis zum Ende an. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Gehalt machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Gestern haben wir nämlich erst einen richtig schönen Pump bis zu 70.500 Dollar gehabt. Es sah erstmal richtig, richtig gut für Bitcoin aus. Wir sind seitwärts mehr oder weniger gegangen, aber vor allem auch langsam aber sicher nach oben, so wie ich es die ganze Zeit gesagt hatte. Und dann, dann kamen auf einmal ein paar richtig krasse Nachrichten raus. Und zwar, die News waren, habe ich übrigens auch auf Twitter gepostet. Und zwar kam die Nachricht raus, dass Mt. Gox Bitcoin im Wert von 2,9 Millionen, äh, nicht Millionen, Milliarden Dollar Bitcoin bewegt haben. Im Übrigen für alle, die Mt. Gox noch nie gehört haben sollten, das war damals mal, also noch bevor es Coinbase gegeben hat, noch bevor es Binance gegeben hat, ganz, ganz früh war das die Nummer 1 Kryptowährungsexchange. Die sind gehackt worden und da haben halt ganz, ganz viele Leute Geld verloren. Aber einige der Bitcoin, die gehackt worden sind, die wurden tatsächlich wieder hergestellt. Das bedeutet, Mt. Gox, die Konkursanwälte, wenn man so möchte, der Treuhänder, der hat gesagt, dass die diese Bitcoin auf jeden Fall verteilen werden, die Bitcoin, die sie noch haben. Und das ist immer wieder nach hinten verschoben worden. Das sollte eigentlich schon längst passiert worden sein. Jetzt haben wir ein Datum, das besagt, dass es im Oktober passieren sollte, also diesen Oktober 2024. Dadurch, dass die allerdings angefangen haben, diese Bitcoin zu verschieben, hat das einfach zu ganz viel Angst am Markt geführt, dass die Leute jetzt schon anfangen könnten, diese Bitcoin zu verkaufen. Weil ihr dürft nicht vergessen, damals, als Mt. Gox gewesen ist, als das die größte Exchange gewesen war, da war Bitcoin bei, ich weiß nicht, 50 oder 100 Dollar. Aber die Leute, die also ihre Bitcoin bekommen, die haben extrem krasse Profite und die werden wahrscheinlich auch Profite mitnehmen und deshalb haben die Leute einfach super viel Angst. Fast 3 Milliarden Dollar an Bitcoin sind jetzt bewegt worden von Mt. Gox und wir wissen, oder wir wissen es nicht, aber die haben zumindest gesagt, dass die im Oktober anfangen werden, die zu verteilen. Wie viel Bitcoin haben sie denn insgesamt? Naja, die haben tatsächlich fast 9,4 Milliarden Dollar an Bitcoin. 9,4 Milliarden an Bitcoin. Wenn sie alle diese Bitcoin verteilen sollten, was ja zumindest mal der Plan ist, dann wird das auf jeden Fall zu einem gewissen Verkaufsdruck führen. Es gibt allerdings ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Erstens, wir wissen, oder wir wussten die ganze Zeit, dass das auf jeden Fall passieren würde. Seit ganz, ganz vielen Jahren haben die gesagt und angekündigt, dass sie diese Bitcoin verteilen werden. Und ich würde es ganz ehrlich vorziehen, dass sie endlich weg sind, dass sie endlich abverkauft werden, weil das ist eine der größten Ursachen für Fad und Angst, die immer wieder neu auftaucht. Okay, lasst uns diese Bitcoin einfach verteilen, wenn die Leute verkaufen wollen. Hey, dann sollen die die verkaufen, ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich will einfach diese ganze Situation hinter mich bringen. Das Einzige an der ganzen Sache ist halt gewesen, dass das Momentum, was wir nach oben gehabt haben, dass das durch diese News natürlich etwas nachgelassen hat. Das hat dem Ganzen auf jeden Fall einen schönen Dämpfer verpasst. Wir sind erst richtig gut nach oben gegangen, dann kamen die News raus und jetzt, ja, sieht es aus, wie es momentan aussieht. Das ist auf jeden Fall die momentane Situation. Dann, bei den traditionellen Märkten auf dem Wochenchart, da habe ich euch eine ganz, ganz klare These mitgeteilt über das, was ich denke, was in der absehbaren Zukunft passieren wird. Und eines der wichtigsten Sachen, die ich gerne sehen wollte, ist, dass die traditionellen Märkte es schaffen, durch die orangenen Linie bei 3.000 und, nee, bei 5.300 zu brechen. Auf dem Wochenchart ist diese Wochenkerze grün. Das sieht schon mal gut aus. Die Versuch durch diesen Punkt durchzubrechen, lasst uns mal abwarten, ob wir es tatsächlich schaffen können, diese Woche da durchzubrechen. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich euch zeigen wollte. Wenn es um den Spot Ethereum ETF geht, da haben wir uns ja gestern auch ausführlicher darüber unterhalten, wann wird die SEC tatsächlich das Trading für den ETF genehmigen? Naja, sagen wir mal so, das weiß natürlich niemand mit Sicherheit. Man geht allerdings davon aus, dass es in den nächsten Wochen passieren sollte, maximal mal zwei bis drei Monate. Das deckt sich auch eigentlich ganz gut mit meiner These aus dem gestrigen Video. Und zu guter Letzt haben wir noch eine echt super interessante Fraktale von TechDev, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Es sieht nämlich ganz so aus, als könnte die Geschichte sich wieder einmal wiederholen, weil es man nämlich ganz links sieht. Das ist der Bitcoin-Chart auf dem Wochenchart. Und schaut euch mal diese Fraktale an. Im Dezember 2020 sind wir zu unserem alten Allzeithoch gekommen. Dann von diesem Punkt aus haben wir einen massiven Pump nach oben gesehen. Bärenmarkt und jetzt gerade befinden wir uns mehr oder weniger am gleichen Punkt. Wir versuchen durch unser altes Allzeithoch durchzubrechen auf dem Wochenchart. Und wenn wir es schaffen sollten, da nach oben durchzubrechen, dann könnten wir natürlich auch einen richtig schönen Pump nach oben haben. Aber jetzt lasst uns mal Ethereum im Vergleich zu dem US-Dollar anschauen. Was wir hier nämlich haben, ist ein ganz, ganz klare Fraktale. Wir haben erst hier eine bärische Phase, dann an dieser Stelle werden wir Bullish. Aber vorher haben wir einen Retest von dieser Wolke. Ein Retest von dieser Wolke. Wir haben einen bullischen Flip und dann von diesem Zeitpunkt aus sind wir nach oben gegangen. Und hier wieder das Gleiche. Wir sind an dieser Stelle Bullish geworden. Wir haben einen Retest von der Wolke. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob wir für Ethereum weiter nach oben gehen. Aber auch das ist nicht alles. Wir haben nämlich noch eine dritte Fraktale auf dem 2-Wochen-Chart für Dogecoin. Schaut mal. Wir haben hier auf dem 2-Wochen-Chart einen Downtrend. Wir brechen nach oben, wir erreichen einen High, gehen nach unten. Und dann, sobald wir das High durchbrochen haben, schaut mal. Wir gehen nach oben. Und dann, sobald wir das alte Allzeithoch durchbrochen haben, dann haben wir eine noch viel krassere Bewegung nach oben gehabt. Jetzt haben wir wieder eine ähnliche nach unten gerichtete Trendlinie. Wir haben einen Swing High an dieser Stelle. Hier, wir brechen durch das Swing High nach oben durch. Wir retesten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, werden wir eine ähnliche Preisbewegung für Dogecoin sehen, wie damals in der Vergangenheit. Und auch das ist nicht alles. Jetzt kommen wir zum letzten Chart. Das hier, das ist nämlich die totale Kryptomarktkapitalisierung ohne die Top Ten. Also die kleineren Altcoins. Was man jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist, dass wir in diesem Moment auf der Unterstützung der logarithmischen Bollinger-Bänder sind. Man sieht, wir gehen hier richtig, richtig eng zusammen. Das bedeutet, wir haben relativ niedrige Volatilität. Und wenn das passiert, dann bedeutet das normalerweise, dass wir danach eine richtig krass Bewegung haben werden. Hier auch wieder. Wir quetschen uns momentan ganz, ganz eng bei den Bollinger-Bändern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, werden wir wieder die gleiche Preisbewegung sehen, wie in der Vergangenheit. Alle diese ganzen Charts, die geben uns zumindest einen Hinweis darauf. Lasst uns allerdings mal abwarten. Und im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Ich würde mir jetzt nicht allzu viele Sorgen wegen dieser ganzen Montgoc-Situation machen. Natürlich, klar. Das wird etwas Verkaufsdruck bringen. Ganz, ganz klar. Aber es gibt so viele Leute, die schon so lange darauf gewartet haben, dass das endlich passiert. Das bedeutet, ich glaube, wenn die Leute die bekommen, also die Bitcoin, dann können die die natürlich entweder verkaufen oder halten. Das spielt für mich eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Das Wichtige für mich ist einfach, dass dann diese ganze Situation ein für alle Mal geklärt ist. Ich würde also sagen, dass die ganz allgemeine bullische Situation am Markt, die ganzen bullischen Katalysatoren und Hinweise, die wir momentan haben, dass die schwerer wiegen als das, was sie bei Montgoc überhaupt sehen können. Aber wir werden natürlich mal abwarten, ob ich damit richtig liegen werde. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.